Diese mächtige Buche mit einem Stockdurchmesser von etwa 100 cm musste weichen. Damit diese gepflanzten Duglasien, eine Baumart aus Nordamerika, genügend Licht haben zu wachsen, geht in einem Natura 2000-Gebiet eigentlich gar nicht. Buchenwälder werden erst ab einem höheren Alter ökologisch wertvoll. Sie brauchen einfach Zeit, bis sich Strukturen entwickeln, damit Fledermäuse, Spechte, Insekten, Pilze diese Buchen besiedeln können. So eine Buche wie hier ab Alter 180 oder 200 Jahren wird erst ökologisch interessant. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Buchen alt werden dürfen. Das geschieht im Wirtschaftswald aber nicht. Deshalb brauchen wir einen Nationalpark Steigerwald.